Wo ist denn jetzt wieder zwei? Reception, Interview, äh, zwei, natürlich, mal wieder noch da. Äh. Wo ist denn hier? Oh mein Gott. Ach so, sind wir schon. Der! T-Biden! Sie haben die Morphine aus der Kuhlrich. Sie können das nicht prüfen. Mal sehen, ob ich es versuchen kann. Und was ist deine Relation mit Sheldon, Sir? Tutor, Mentor. So, Mr. Sheldon is a medical student. He has a very bright future. Oh, that's nice to know. Too bad all of your war buddies won't get to see your graduation. Ah, der ist das. Und dieser Knilch, oh mein Gott. Oh mein Gott. Warte, jetzt ist es mir noch zwei gegen, weil ich krieg zu viel. Okay, Anzweifeln oder Lüge? Was mach ich? Anzweifeln. Anzweifeln. Aber es bedeutet, dass ich mich nicht verletzt werde. Hm? Ehh... Was? Was? Wie? 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 Scheiße! Was ist das? Geh dich nicht, Herr. Dieser Mann ist Gandy. Was ist dein Mann? Doktor! Schön, dich zu sehen! Ich mache eine Investition! Da in meinem Office, jetzt! Dieser Mann ist jetzt zu verabschieden. Bis jetzt ist er aus dem Angriff, über eine Fitnessreview. Was ist das? Du hörst den Mann, Leute! Da in der Musik wie die Heroin. Du hörst den Mann! Du hörst den Mann! Du schaffst 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 den Mann! Ich verstehe! Wie kann man das tun? Du wirst? Du wirst? Du wirst? Du wirst? Du wirst? Du wirst mit dem Mann! Ich bin ein wunderschön! Du bist glücklich, die Krieg ist vorbei! Du wirst du ausgedritten! Der Fortschritt nicht brauchen diese Art von der Veröffentlichung, Phelps! Hand die Tür? Hand die Tür? Hand die Tür? Ich werde dich nicht so machen, die Presse zu machen! Was hast du denkt? Marie, listen, Marie, I need to explain. Please leave, you're upsetting the girl. Let me see them, Marie, they're my daughters. Go to her, Cole. You have done enough damage here. Do you want me to call the police? God save, Marie. Can't we at least talk? What is there to talk about? Do you love her? Do you? What were you thinking? What about our children? Can you imagine what this has been like for them? Go away, Cole. Cole, my father has hired an attorney and you will be here in common. I'd like to explain, Marie. I'd like to tell you what I've been going through. What you've been going through. I have had reporters camped out on the front lawn all morning. I can't stand it, Cole. I can't stand it, Cole. Vielen Dank. Okay. Oh, ich habe einen Hinweis nicht gefunden. Sitze im Dezernat abgeschlossen. Du bist wegen deiner Taten degradiert. Mach dich bereit für eine Versetzung. Keine Ruhe den Gottlosen. Um einen Marine wie Felix dazu zu bringen, seinen Kumpel zu verraten, braucht man Geschick und Liedebeweise. Ja, scheiße, ne? Oh mein Gott, das geht jetzt hier richtig ab, ey. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was tut er? Oh mein Gott. Okay, everyone. Keep it down. Colt Phelps joins the arson squad today. Brennt er mit, look. How'd you like pork in that German whore, Phelps? Phelps is up before a review board in December. Till then, he works the arson desk. End of story. Phelps. Yes, sir. I don't care what you did or didn't do, Phelps. I hear you're a good case man. If you fuck up on my detail, I'll have you out of here before your feet touch the ground. We haven't understand? Yes, sir. We don't want a fucking rat like Phelps, can it, Tilden? Phelps, I partner you with Hershel Biggs. I don't do partners. You know that, Cap. You do now, Biggs. Social basket cases like you two should get along just fine. Okay. Biggs, we'll show you the ropes, Phelps. This is arson. There are no ropes. It shouldn't take long. Start with these two. House fires. 326 South Kenmore Avenue. Stefan's family was out of town when it happened. Then go to 4414 Rosewood family by the name of Sawyer. Fire brigade will be on location. Are they suspicious, Scott? That's for you to find out, Detective. Get out of here. Both of them. Get out! Na super. Okay. Statt Earl haben wir jetzt Biggs. Hallo? Äh. Ach du Scheiße. Brandstiftung? Oder beziehungsweise Brandermittlung. Oh mein Gott. Ich glaube wir sind gerade tief zurückgesunken. Und die halten alle auch nicht wirklich viel von uns. Okay. Exit nach hier. Exit nach da. Exit. 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 Okay. Was für eine Schrottkörer haben wir jetzt? Etwa diesen Giftgrün? Oh mein Gott. Tatsächlich. Oh. Okay. You know the way. You can drive. The way do you want it, though. To hunters who take the aerial. How long have you been working, Arson? We can do the small talk thing now. Talk baseball exchange addresses. I don't think so. Feeling down, hot shot? Need a buddy? Or look somewhere else. Na super. Ein Kerl, der uns nicht mag. Oh. Sehr viel von über. Der ist nicht mehr. Der ist nicht mehr. Der Job ist gut. Du denkst es, es sei denn, es sei denn? Na. Das ist ein echtes Schmerz in deinem Gesicht. Sie würden die Dinge, die sie interessiert haben, wenn es das Insurance ist. Da ist kein Milagern in das. Hallo, Mike. Hey, Hirsch. Kappt das 1. Ja. Mike Brannigan. Cole Phelps. Na. His name may be Dog Shit, but there's none in his hand. No offense, Phelps. None take it. Do you have anything? Your fire started late last night. Stepped his family at Catalina Island. Won some kind of competition. Looks like the only thing we ever won in their lives. You can come home with this. I'd say they were pretty lucky, really. They don't have any insurance. Everything they own, including the house, is not a pile of rubble. Where are they sleeping? In the car. Look at the whole block that burned down. Where it is, they're bulldozing this whole neighborhood to build new homes for GIs. That's the man in the house. In the ruins. Terry is his wife. I'll take a look around. Come on, Phelps. Okay. Ah, did, 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 did. Ich dachte, wir wollen ihn befragen. Wo ist er denn jetzt? Feuerwehrmann. Oh. Da war was. Na, super. Wo ist er denn der Knilch? 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 Ach, da! Mr. Steffens? Cole Felbson. Herschel Pils. LAPD. I know it's a difficult time, but could we have a word? Constance. We're out of town. We won a prize. We had a wonderful time. I hope you're this. Can you still have the tickets? Sure. It's a formality, but we'll need to speak to the issuing agent. Can you tell me any more about the prize that you won, Mr. Steffan? Weekend at Catalina Island. My wife got this fly in the mail from the suburban redevelopment class. Did you enter any kind of competition? My wife filled in a flyer. Lady just hung up and told us we won. This is the first time I ever won anything. The redevelopment class. Did they offer to buy you out? They're building new houses. They showed their money, and most of the neighborhood just packed up and walked away. But I never bargained. Okay. GI houses? Yeah, something like that. Oh, shit. I'll have a moment. Alright. Ha! 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 Die Frau. Die Frau.